So Leute, ich erzähle euch jetzt was von vor zwölf Jahrhunderten, äh ne, ah, seid gegrüßt auf meinem Kanal, ne, äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, hallo hier ist wieder euer Lanzöser und ich muss mich erstmal entschuldigen, äh, weil in letzter Zeit teilweise keine Videos mehr kommen, ich versuche zwar immer noch was, äh, aufzunehmen und alles, aber es ist schwierig, das dann alles noch hochzuladen und aufzunehmen und, ach, Oberstufe und so, ne, man kennt es oder man kennt es nicht, ich kann euch sagen, ähm, ja, vielleicht ab und zu hänge ich mich auch nicht genug rein, habe ich das Gefühl, fürs Let's Playen hier, ich werde natürlich weder aufhören noch sonst was, ich werde natürlich hier schön weitermachen, aber ich glaube, die nächsten Tage regelmäßig Sachen hochzuladen, das, äh, wird nichts und deswegen schon mal vorab sowas als Erklärung, sorry, dass ich muss jetzt auch erstmal an, äh, den ganzen Specials weiterarbeiten und so ähm, ja mal schauen und dann bin ich jetzt auch noch zwei Tage kurz wieder weg also, jetzt morgen Freitag, äh, und danach Samstag bin ich nicht da Sonntag werde ich dann hoffentlich mit, äh, WeHawkLP und Seraphon und Lysi, äh, alias Zelda Gold01, äh, ja Team Fortress 200 Abonnenten Special aufnehmen können und so mal schauen, dass, äh, äh, ja, ich bin gespannt, ob das alles funktioniert Ansonsten, äh, ja Sorry erstmal Ich hoffe, ihr verzeiht mir Guckt einfach ältere Videos dann oder sucht euch, äh Niveauvolle Unterhaltung Ja Ansonsten, ja Ich versuch wieder, ja auf Lager zu haben und alles, was ich dann hochladen kann und so Und ich hoffe, das wird dann bald klappen Bis dann, ciao Oh, ajánlomlos, watsch Watsch